Und jetzt möchte ich kurz zu ein paar Ländern kommen, die ich ultra geil finde und auch die Gründe, warum ich die so geil finde. Erstens mal, Russland. Ich liebe Russland. Warum liebe ich Russland? Erstens mal, Russland ist sehr günstig, der Rubelkurs ist unten. Zweitens mal, Russland hat eine Wahnsinnsqualität an Essen, an geiler Infrastruktur, super Fitnessstudios. Ich liebe Moskau. Das beste Essen, die besten Gyms, die super Frauen, wahnsinns Frauen, weibliche Rolle, männliche Rolle, ganz klare Aufteilung, kein Wischiwaschi, kein Gender Dies, kein Gender Das, keine gemischten Toiletten, nix. Ich liebe Russland, ich liebe St. Petersburg, ich liebe Moskau. Man kann da geil arbeiten, gut fürs Business, sehr frei, keine Maskenpflicht, kein Kokoschrott, keine Impfpflicht, alles offen, sehr frei. Ich finde Putin in vielen Punkten richtig geil, keine hohen Steuern, gut für Krypto, geiler Sommer, geiler Winter, also ich finde es geil. Also ich kann mir gut vorstellen, drei bis sechs Monate im Jahr in Moskau zu leben, finde ich super, für mich eine Destination. Mir ist es ja nicht mal im Winter zu kalt, ich finde es geil, okay? So, dann, wenn dich das Ganze interessiert und du auch ein Geschäftsmodell aufbauen möchtest, dann machen wir diesen Sonntag ein Online-Seminar mit vier verschiedenen Schritten. Erstmal, wie kann ich ein dienstleistungsbasiertes Business-to-Business-Cashflow-Unternehmen aufbauen, dass ich nach ein bis zwei Monaten 10.000 bis 20.000 Euro Umsatz knacke, nach sechs Monaten circa 30.000 bis 50.000 Euro und nach einem Jahr 100.000 Euro aufwärts pro Monat Umsatz mache. Und wir stellen da verschiedene Geschäftsmodelle vor und wir geben dir alles, was du dafür brauchst, wie bei einem Franchise-Partner, alle Schablonen von A bis Z und helfen dir bis zu diesem Umsatz oder bauen sogar das Unternehmen für dich auf. Und wenn du jetzt den allerersten Link in dieser Videobeschreibung anklickst, dann wirst du dieses Sonntags-Online-Seminar besuchen können. Und wenn du das Ganze verpasst hast, dann kannst du das trotzdem anklicken und dir in Zukunft eine Wiederholung anschauen. Und wir werden noch eine Sache machen, denn wir bieten zwei Geschäftsmodelle an. Einmal bieten wir Business-to-Business-Digitalisierungs- und Online-Marketing-Dienstleistungen als Geschäftsmodelle an. Und einmal ist Geschäftsmodell Zeitarbeit. Und deswegen, wenn du also an diese Telefonnummer hier Workshop schreibst, also Workshop, ich schreibe das Wort nochmal hier hin, dann bekommst du die Wiederholung von der Business-to-Business-Dienstleistungsagentur und alle Informationen und auch ein Beratungstelefonat zugesendet. Da schreibst du einfach per WhatsApp diese Nachricht hin, an diese Telefonnummer. Und das Gleiche gilt für das Thema Zeitarbeit. Also schreib einfach Zeitarbeit als Hashtag per WhatsApp an diese Telefonnummer, dann bekommst du da alle Informationen zugesendet. Und jetzt viel Spaß beim Event. Wir haben das Ganze auf Zoom abgefilmt. Die Qualität ist leider schlecht, weil der Kameramann leider nicht aufgenommen hat, deswegen aber per Zoom. Und wer auch auf Events kommen möchte, deswegen, ich wiederhole jetzt nochmal diese drei Sachen. Wer auf ein Event kommen möchte, der schreibt uns einfach an diese Telefonnummer Hashtag Event und bekommt alle Informationen. Wer sich für Zeitarbeit interessiert, der schreibt Hashtag Zeitarbeit. Und wer sich für das B2B-Thema interessiert, einfach den ersten Link anklicken oder einfach hinschreiben Workshop. Oder er schaut sich jetzt einfach dieses Event am Sonntag 21 Uhr an. Und wer sich für das B2B-Thema interessiert, einfach den ersten Link an. Und wer sich für das B2B-Thema interessiert, einfach den ersten Link an. Und wer sich für das B2B selber interessiert, einfach die Frage ab und eine camera. Jetzt kommen möchte ich weiter, ich komme zu Kreuz. Und wer sich auch an Craigsbeершиеaggiüber.